Und zwar im Koop-Modus. Diejenigen, die das Spiel von euch schon kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie wollen die das denn bitte im Koop-Modus spielen? Ganz richtig, das Spiel hat nämlich gar keinen Koop-Modus. Wir haben das gerade schon mal kurz angespielt und sind dann darauf gestoßen, dass das nicht funktioniert, sondern das Spiel ist so gedacht, man steuert mit einem Controller beide Brüder, also pro Stick halt separat einen Bruder. Und genau das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das heißt jeder bekommt eine Hälfte vom Controller und dann kann es auch schon losgehen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Musik 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 Sonne, 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 Sonne. Hama! Hama! MatthiasFlow Nani, Nani! Hanamah. Walahi, Nani! Walahi! Ahi! Nani! Mahi! Mahi! Ta! Attends, Mahi! Attends! Also steuern kannst du den mit dem Stick und hinten, ich glaube R1 oder so, da kannst du den Wagen festhalten. Genau, so. Festhalten und jetzt mit dem Stick können wir den Wagen schieben. Nur nicht über die Klippe. Wieso? Oh, sorry. Wieso muss ich als kleiner Bruder auch vorne schieben? Bis das Zug fährt. Ach, ich kann ja nicht aussteuern. So weit, so gut. Bis soffen. Ja, tschüss. Arriba, tschüss. Sorry. Los, wir kippen den einfach da vorne. Da vorne ist eine Brücke, da kippt man den einfach runter. Wie sich auch die Beine bewegen, guck mal. Dance! 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 So. Gerade läuft's ganz gut. Als Koop. Ja. Ja, also das Koop-Spiel macht echt Spaß. Ja, dann lass mich mal. Lass mal den großen Bruder auch vorne. Pass auf, ich zeig dir das. So. Ich kann mal vorgehen. Ja, genau. Los. Schief! Oder zieh! See ya! Later, Loops. Warte, muss ich jetzt hier hoch? Ciao, Vater! Muss man hier springen? Achso, warte mal, komm mal her. Ich glaube, man muss jetzt... Bekanntes Verfahren ausspielen. Räuberleiter, guck. Warte, komm mal, komm mal zu mir. Ja! Muss man bestimmt. Ja! Ja! Ach da! Ach da! Ach da! Ja, warte mal, wie geht denn das hier? Wie springen? Keine Ahnung. Kannst du überhaupt irgendwas machen? Nö. Hm. Vielleicht geht das noch von alleine, warte mal. Schieb den mal. Wir müssen den da runter schieben jetzt hier. Ja, hier runter. Ach, nein, wir sind ja blöd. Guck mal hier rechts. Hilf mir mal, hilf mir mal. Was kriege ich dafür? Dass dein Vater lebt. Das bekommst du dafür. Schnell weg. Hm? Jetzt, du musst... Rechts! Nein! Rechts! Rechts! Du musst nach... Aber ich kann nicht! Du musst... Warum nicht? Das geht nicht! Du musst nach... Drück mal nach unten. Genau, und jetzt nach rechts. Mach ich. Hä? Aber geht nicht. Hä? Wir müssen das... Hm. Warte. Hier kann man doch bestimmt... Ja, du musst hier wieder... Wir müssen das da rauf schieben und dann da ist ein Hebel wieder. Ja, aber... Aber wie komm ich denn da überhaupt... Guck mal, hier kann man runter schrubben. Ins Wasser rein. Die Wasserleiche. Nein. Der arme Vater. Hey, oder warte mal. Da oben ist noch ein Seil. Ja, Berti. Er ist auf dem Date. Ach so, man kann das gedrückt halten und dann... Guck hier, Räuberleiter. Jetzt kommt's. Das ist was ich meine. So, jetzt musst du da oben irgendwas machen. Ach nein, nein, pass auf. Das bekommst du doch. Hey, Neuer! Weißt du? Neuer. Neuer. Der hat eben gespielt, aber das bin ich nicht. Hier, geh mal... Geh mal hier an das Seil und wirf's mir mal runter, bitte. Wenn du so nett wärst. Lass dein Seil herunter. So, Gott. Jetzt muss man... Muss man jetzt hier beide wahrscheinlich drehen. Ah, ja. So. Los geht's. Du Gehleih! So. Noch da! Los! Der hustet sich aber auch eins zurecht, ey. Hat Asthma. Ich nehm ihn! Schon wieder zu viel gesoffen war. Ja. Du Hita! Nein! Komm mit! Was hat er gesagt? Abuna! Aber Huna! Nichts zu machen. Was? Du kannst ihn doch nicht einfach so sterben lassen! Eine Möglichkeit gibt's! Aber nur eine! Pass auf! Hier! Auf der Karte! Da steht's drauf! Genau hier! Da ist eine Insel! Eine große! Die ist über und über seht! Mit Aloe Vera! Da gibt's alles, was ihr braucht! Es ist gehört, damit bringt! Na klar! Los geht's! Nein! 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 Gut! Dann gibt's ihr erst einmal die Karte! Vater! Wir nehmen so lange dein Segelboot, Hörste! Nein! So, Moment mal! Stopp mal kurz! Ich will mal kurz schauen, ob das überhaupt auf Deutsch gestellt ist. So wie sich das anhört. Ich mein, der Text ist auf Deutsch, aber irgendwie, hier gibt's auch keine Einstellung dafür. Also, wie es scheint, ist das Spiel zwar auf Deutsch, aber irgendwie, irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich muss man dann auch mal erwarten, was sie sagen. Kann man hier noch irgendwas machen? Ah! Najiada! Tja, also der Opi, oder wer auch immer das jetzt war, hat auf irgendeine Karte gezeigt. Ich schätze mal, dass der, dass der Papa krank ist und wir auf irgendeiner Insel oder was auch immer das Heilmittel oder die Heilpflanze finden. Wäre ja nicht untypisch für so ein Spiel. Oh, wer ist das? Aha! Aha! Toll. Juuu! Ouhh! 있다이다! Opa! Na손! Dass die Kinder an Rücken oben 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 oben! Ach, er will ihn auf den Rücken nehmen glaub ich, oder? Wichtig! Ah! So, und jetzt, kannst du irgendwas machen? Kannst du lenken, versuch mal zu lenken. Dann kann ich das nur machen. Eier! 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 Schnell! Wir sollen Eier holen. Hier kann man... Eier! 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 Die Eier sind da! Okay, dann lass uns doch rein. Eier! die zerstörten starke mach auf vielleicht müssen wir gleichzeitig vielleicht öffnet sich die Tür nur mit einem Code pass auf der Code der Eier der Code ein Eier-Code wo müssen wir jetzt lang hier hoch vielleicht na ach so geht das echt was das ist ja witzig so uah ah ok also auch mit Tomb Raider Elementen die Vögeleien Roof Sliding ja wir sind richtige Rebellen auf der Suche nach den Eiern sind mhm oh rosé ja 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 auch da genau was genau was genau wird oh was soll los ich bin wahnsinnig ich hehehe dann nicht ein Versuch was er wird das sieht aus ja 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 das ist lustig äh ich habe ein kleines Aggressionsproblem damit geht es hier durch du passt bestimmt hier durch der wird schon noch wissen was er davon hat oh das ist ein größer großer Hunde ja lasse den Hund da hinten frei lasse die Hunde los oh er hat seinen Stock folgen gelassen können wir den vielleicht aufheben und ihn dann damit vermöbeln da 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 hinterher hey nein was sorry tch Lappen Mibo da Mibo oh die Stadt geht Sekunde Mibo da oh ja oh 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 der pennt hier erstmal ne Runde hey steh auf du Penner wir wollen über die scheiß Brücke los genau lass uns rüber ja immer diese Penner überall da oben ist doch so ein Hebel den Typ müssen wir hier runter kriegen hey über die Wolke los vielleicht kann man hier das so vielleicht haben ja bestimmt nicht hier unten ging es dann noch irgendwo weiter ja rechts ne was war hier was war hier tja schöne Aussicht aber das bringt uns nicht wirklich weiter da sind wir hier vielleicht was war das nein die entfernten dann also da bis einmal kannst du da vielleicht runter oder ich hab's nicht versucht probier mal vielleicht können wir da ja anderes drüber naja jetzt wieder tja wie bekommen wir den den Werther da jetzt runter da hier unten ist ein Eimer hey 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 dann lass uns doch nochmal woanders ranke wir sind auch nicht bereit für diese Mission müssen wir erst erkaufen mit Credits die gibt's bestimmt im Shop im Brothers Shop äh warte oder können wir vielleicht irgendwas mit der mit der Katze vielleicht dass wir die Mebuda und vielleicht mal die Katze haben Mist das machen wir nicht probier du mal ich bin der Katzenfester Lelei Mebuda Katzenfester ich bin der Katzenfester ich bin der Katzenfester ähm ja jetzt nimm sie mit 3 oh geht nicht oh Lelei Mebuda Lelei Mebuda Lelei Mebuda ja ne gehts nicht scheiße oh da das ist das das ist das es geht ja nie mit denen ach guck mal da hinten können wir runterlaufen die Frage ist nur wie kommen wir da hin da hinten gibt's hm oder vielleicht hier irgendwo runter hm 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 ach da 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 was gibt's denn hier noch so der Typ den Brunnen ah hier hinten sitzt noch einer ah oder der Brunnen ok hat er erst mal rein gerutscht blub ah ich würd so schätzen 10 Meter ah ehm was macht der Typ denn ah der hört auch nicht Warte, lass mich mal dazukommen. Du da! Tja, sehr wirtschaftliche Stadt. Alle schlafen. Der Rest treibt Schabernack. Hier geht's vielleicht durch. Ach, da passe ich nicht durch, aber durch das andere bin ich durchgekommen. Ja, das ist GameLogic. Oh! Hm. Nein, nein, nein. Ja, aber so weit müssen wir da eigentlich gar nicht zurück. Gibt's denn hier noch? Haben wir irgendwas vergessen vielleicht? Hm. Den Stock haben wir vergessen. Hm. Das Tier haben wir vergessen. Ja, das wäre ja nicht. Da! 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 Guck mal, er zeigt auf jeden Fall immer, wenn ich mich hier hin drehe, dann zeigt er immer in die gleiche Richtung. Dann müssen wir hier lang. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch irgendwie... Jetzt zeigt er da lang, okay. Probier's noch mal. Ja, nach da oben. Da waren wir ja schon mal. Zeig mal jetzt dann. Ja, wieder dahinter. Führt uns wieder zu dem, zu dem Besoffenen da hinten. Da! Da, Lichter! Hey! Oh, Fanon! Ach da! Ich bin vielleicht... Ja, hier müssen wir drüber. Ah! Ah! Hätten wir auch... Hätten wir auch... Hätten wir auch vorher mal drauf kommen können. Ah! 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 Nein. Let's play Brothers im Koop. Bis dahin. Let's play Brothers im Koop